Und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Orient the Blind Forest. In der letzten Folge haben wir den Weg zum Herz des Gänselbaums gefunden und diese lustige Fähigkeit hier gelernt. Ah, verdammt. Hätte ich mir vielleicht einen übersparen sollen. Genau. Danke. Au. Au. Okay, jetzt aber. Ich muss auch ein bisschen mit diesem komischen Sprung üben. Ja, da haben wir nochmal den Dialekt. Dialekt, Dialog meine ich. Gehen wir zuerst links lang. Au. 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 Geht doch. Gehen wir das schnell mit? Jetzt brauche ich dich, um da hochzukommen. Das macht Spaß. Okay, aber jetzt... Ehrlich, mal hier hoch. Kann ich hier bitte? Ah, klasse. Immer noch nicht. Also, ich muss jetzt wieder ganz runter gehen. Nur damit die Neues fahren, damit ich dann da wieder hochklettern kann. Perfekt. Noch einen, bitte. Danke. Endlich. Knapp. Aber machbar. Mal schauen wir uns noch da links ein bisschen um. Au. Ich hätte dann nochmal das speichern sollen. Und speichern. Geht's da links weiter? Alter, ich bin mir grad nicht sicher. Na, ich glaube nicht. Okay. Dann hüpfen wir noch da rechts. Oh, dafür brauche ich die Spinne. Na gut. Bingo. Fuck, 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 fuck. Und speichern. Und damit haben wir zumindestens einen Teil schon mal gelöst. Dann jetzt nur noch die andere Seite. Moment. Ach, das sind diese Dinger. Ich verstehe schon. Nope, nicht wirklich. Das heißt, ich muss jetzt... Das heißt, ich muss jetzt... Jetzt habe ich jetzt noch mehr... Ich weiß, meine Kinder. Su herzlichle, wie für mich. Danke. Danke. Frauh truthig. Ich verstehe. Dannibbe. damn... Ach, verdammt. Aber so ungefähr muss ich das hier machen. Ich verstehe. Oh, das ist irgendwo ein Zählen, diese Schneckenviecher nicht als Projektil. Aber ich kann euch da runter schützen. Nein, nicht mal das. Au. So, jetzt nochmal vorsichtig in Anführungsstrichen. So, ich ziehe einfach so ein Spirit Link. Gut. Das heißt... Da oben reinlenken. Nein. Da oben reinlenken. Hier hochspringen. Da hin umlenken. Hier hochspringen. Dich da hin umlenken. Hier langspringen. Fuck, 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 fuck. Okay. Aber ich verstehe, was ich machen muss. Ist eine coole Idee, dass man hier direkt quasi zwei Fähigkeiten miteinander kombiniert. Also dieses... Bewegen und Projektile umleiten. Und da sind wir oben angekommen und können auch diese Seite fertig machen. Okay. 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 um... 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 Verdammt, 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 verdammt. Puh. Das ist... ...ne Sache. Tschüss, hier runter. Danke. Verdammt. Ah. Das wäre sehr toll, wenn ich da zwischendurch Starlings erstellen könnte. Aber hey, das ist auch eine spannende Art, um dann die Sachen direkt einzusetzen, die man überleert hat. Ich muss mir angewöhnen, mich direkt mit diesem einen Gegner darüber zu schießen und nicht erst mit der Spinne. Die Spinne kann ich dann benutzen zum Zurückschießen. Das heißt dann... So. Au. Oder ich lasse mich einfach von der Spinne dann tausendmal treffen. Ich glaube, ich nehme doch lieber die Spinne, um da hinzukommen. Puh. Das wird plötzlich dramatisch. Hätten wir uns ruhig mal drüber warnen können. Ich meine, ich bin aber ja auch zu... ... äh, fein, um hier irgendwas liegen zu lassen an Pickups. Fack, ey. Fack, ey. Nochmal verdammt. Verdammt. Puh. Okay, ich verzichte. Nein, ich verzichte nicht auf die Pickups. Ich möchte die schon mitnehmen, wenn ich sie sehe. Verdammt. Ich hab das Ding vergessen. Okay. Kurz Pause und wieder raus. Ich musste mich schnell mal an der Nase kratzen. Verdammt. Ich wollte die Spinne mitnehmen. Und wieder los. Ah, ich hab's ja mal rüber geschafft, um einen Schaden zu nehmen. Perfekt. Und der one-hitted mich. Warum one-hitted der mich? Ah. Epische Flucht hier. Ich vermute, so heißt er die Folge. Bin mir noch nicht sicher. Ach, was soll's. Den ignoriere ich einfach mal. Ich kann das hier nicht ewig strecken. Und ich bin mir sicher, die Folge wird auch so noch lang genug dauern. Schnell, darüber. Ich warte den nächsten ab. Fuck, 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 fuck. Leben. Schieß. Verdammt. So knapp. So fucking knapp. Ich schaff' das noch. Ich schaff' das noch. Und hier lang. Quart' einen ab. Und hoch da. Und hoch da. Und hoch da. Leben mitnehmen. Perfekt. Ah. Das war knapp. Puh. Den verpasse ich immer. Reif' an. Reif' an. Ah. Errungenschaft freigeschaltet, das war knapp. Das ist auf jeden Fall ein passendes Achievement. Puh. Ah. Puh, oh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 P Das heißt, sämtliches Wasser ist jetzt in Ordnung. Das ist super. Das ist wunderschön jetzt. Ah. Au! Wo genau bin ich hier? Hier rechts. Ich hab keines Blödkiss. Ich würd sagen, ich beende hier an dieser Stelle, weil die Folge ist ne passende Stelle. Und nach der Aktion brauche ich jetzt auch erstmal ne Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!